So, Let's Plays gucken. Feet. Feet. Peet. Damien. Er findet Peetsmeet gut. Peetsmeet-i. Vielleicht nicht so lustig, wa? Ja. Für Leute, die ihn kennen, nicht so wie du. Da waren zwei fette Slimes. Ich habe jetzt wieder 40 Slime-Boards. Früher die einzige Dinge, die wir hatten, die einzige Befürchtung... Ne, das einzige, was uns gemängelt hat, Slime-Boards. Jetzt haben wir viel zu viele. Scheiße. Ich glaube, der hat ja so einen Spitznamen. Junior Gong. Weil sein Vater The Gong genannt wurde. Big Gong oder so was. Und deshalb heißt er jetzt Junior Gong. Tja, der war ein richtiger Gong. Der hatte einen fetten Gong in der Hose. Ich follow-up? Einmal rundes Frau. Einmal rundes Frau. Weißt du noch? Ching-Chang-Chong-Da. Der hat ja eine thailändische Frau, ne? Das ist jetzt nichts Rassistisches oder so. Ist einfach nur so, pfff, ja. Doch, ist es. Okay. Der hat eine Ching-Chang-Chong-Pong-Frau. Und da macht man es immer drüber lustig. Und einmal war die da mit seinem Sohn. Und wir so. Ha, runter. Ha, runter. Alle raus. Und so, ne? Und sie kommt dann so zu unserem Sportlehrer. Sie haben runtergesagt. Zum x-mal. Das ist eine Beleidigung. Also ist ihr Name eigentlich eine Beleidigung für sie. So viel hält die von ihrem Mann. Die steht ja richtig. Die halten ja richtig zusammen. Das ist ja eine Liebe. Wie es sie kein zweites Mal gibt. Doch, überall. Ihr Buff. Der war jetzt böse. Der war böse, ne? Aber so macht das ein Bows. Aber vorher nicht. Vorher bin ich der Bows, Mann. Der Bows, Mann. Sokermit. 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 Sokermit mit Fleisch. Ich schwör auf meine Bratwurst. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ey. Auf unserem Dinger hier, ne? Auf der Burg, auf diesem Übergang. Da sind voll viele Monster gespawnt. Oh, ach so. Der Wall. Tja, entspannen sie so lange wie der Wall. So, ich mach jetzt erstmal eins der geilsten. Rammstein-Lieder an, den ich gestern kennt, ne? Ja. Sehnsucht. Das macht er. Warte, ich mach mal ein anderes Lied. Wo ist er denn? Interpret. Das find ich auch so geil wegen dem Keyboard da. Gerade der Keyboard-Teil ist so geil. Der Flake, ne? Der hat schon richtig gute Arbeit, die leistet da. Der Christian Flake Lorenz. Doktor. Da hat er Oberfläche. Ja, da habe ich es. Da, da, da. Lass mich schreiten. Oh, fuck, ich mache es mal falsch. Ja, Mann. Was wollte ich jetzt eher genau Fleisch? Oh, sehr wahr. Zwischen deinen langen Beinen Such ich Sand vom letzten Jahr Oder sucht Sand Ich hab ne Küche gemacht Bei uns Küche Da ist alles was man braucht Fuck Außer Da ist er Da Da ist er Oha Versteh mich Glück Mach ich das da hin genau Zurück Immer nur das letzte Wort Witzig Mach ich auch manchmal Wenn ich irgendwie Liedtext nicht verstehe Jetzt zum Beispiel Make it Pandem Denn das Okay Im Moment Seit neuestem Kenn ich den Liedtext Die Lyrics Aber Als erstes Ich kannte nicht Make it Pandem Scheiße Das was man kennt Das singt man damit Das andere so ganz leise So nuscheln Make it Pandem We mash up the place Turn up the base And make them all Half fun Half fun Skrillex 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 Ablaze We mash up the place Turn up the base And make them all Half fun Skrillex And make your week like a sunday And then we make your week and like a sunday Puh Überdeck Wir haben schon ein schönes Häuschen hier ne? Eigentlich Ja aber ich weisicht wo du die Küche hin gemacht hast Hä? Oben bei uns? In eh ins m Ah nein hier im Turm Ach so Toll, da kommen noch die Tücher hin, ne? Das machten sie ihn. Nicht? Also meine Mutter geht auch immer einen fetten Turm hoch, um zu kochen. Ich glaube, wir hätten die Puck noch weiter auseinander machen sollen. Also es ist zwar gut mit dem Abstand so, aber ich glaube, wir hätten die Türme. Aber machst du gut eigentlich. Nein, nein, das ist, wenn ich das noch weiter auseinander gemacht hätte, dann wäre der andere Turm, der bei den Schafen da ungefähr, wäre total weit weg. Und das wäre scheiße, wir wollen das nahe haben. Wenn ich das weitergemacht habe, dann wäre der Turm da ganz hinten in der Wüste drin. Ah, ich gehe doch, glaube ich, nochmal Schafe ernten. Warum eigentlich nicht? Wozu haben wir sie? Das ist gut, das ist ja nur der Anfang erst. Soll ich eigentlich schon mal Wasser lassen? Weil das Koran müsste doch eigentlich... Ja, komm, mach mal das erste Mal. Nicht zu vergessen, ne? Warte, sollen uns beide dabei sein? Ja, ich weiß. Wer ist nochmal der Pro, der die fette Schaltung gemacht hat? Das war der Marcel, der Superbro. Nein, das warst du. Ich habe ja nur Schönheitskorrekturen gemacht. Ich habe hier jetzt gemacht. Nein. Ja. Mann, ey, scheiß dreckige Hurenflieger, Alter. Nur weil ich hier was zu fressen stehen habe, oder was? Scheiße, du musst den Salat neu essen. Schnell. Boah, scheiß. Hure kommt. Warte, ne, ich hier, er wird unten stehen. Okay, willst du gucken? Willst du das einsammeln? Wo kommt das denn raus? Ganz unten ist doch so ein Gang. Also, ja, was heißt Gang? Mach mal, mach mal. Ich gehe dann, äh, hier. Ich gehe dann immer die Etagen rund. Also, ich, äh, kletter die mit der Leiter runter. Da kommt der Wester. Das funktioniert richtig gut. Das ist richtig schön hinbekommen. Dann lassen wir etwas dann rauslaufen. Das passt richtig. Das geht richtig. Boah, der Nick hat echt Ideen. Jetzt müssen aber erstmal die ganzen Dinger getragen werden. Sieht's? Ja. Boah, wie viel du Mühe, wie viel Mühe du dir gegeben hast. Aber da kommt irgendwie nix. Ich will jetzt hier an der Seite noch Leitern machen, so, damit man da auch hochkommt. So, falls da irgendwas kaputt geht. Das mache ich jetzt mal hier so. Hast du alles? Da ist nix runtergekommen. Das ist, ach so, das kommt jetzt. Okay, jetzt warten wir hier und sammeln. Lutinator. Ich kriege nur Samen. Nee, wirklich. Das hält jetzt nicht wirklich alles. Was? Das hat nicht alles. Da kommt jetzt der Rest. Da kommt jetzt von jeder Etage. Weil da, die letzten beiden waren ja nicht beerntet. Äh. Hier oben ist noch voll viel. Ja, das müssen wir auch. Scheiße, ihr habt die zu früh ausgemacht. Ach so. Hier, sag mal, warum machst du das denn? Ich geh mal auf einen Kuchen wieder. Ey, wir haben deshalb hier das so beigebracht. So. Scheiße, ich habe hier ein Test. Macht ihr das falsch? Dreckige Ruhe, ne? Hier ist auf jeden Fall nix mehr. Hier ist noch voll viel. Da müssen wir eben die ganzen Etagen abgrasen. Warte, ich mach nochmal an. Ja, genau. Ich will das auch mal anmachen. Und dann bleibt da unten einfach stehen. Nur die Scheiße ist eben, dass man die immer neu beflügen muss. Ja, aber das ist ja, geht ja schnell. Auf der drittletzten Etage ist alles liegen geblieben. Ah, hast du auf der anderen Seite auch gemacht mit den Treppen? Äh, Leitern? Ja, die andere Seite. Treppe, Leiter, Leiter, Treppe. Lass mich reiten. Nenn ich, lass mich reiten. Achso, hier ist die Küche. Ja, fehlt nur noch der Herd. Was für ein Herd? Ich mach mal kurz eine Herdplatte für uns. Wie geht denn eine Herdplatte? Äh, da ist sie hier. Äh, so, fertig. Einfach ne Dings machen, ne Stein-Druckplatte und dann über dem Block, über dem der Ofen ist. Das war's. Kann's wieder ausmachen. Ja, wo die auch gerade machen, so. Jo. Ich glaube, jetzt können wir alles beziehen. Ich bin mal nicht sicher. Ja, bis zu unten. Warte, mal gucken, wie ich bin. Ja, ich bin gerade hoch. Ja, warte, ja. Ja, ich bin gerade bei jedem. Warte, da ist erst mal... Warte, hier. Nimm das mal. Ich brauch das jetzt nicht, weil du... Ich mach daraus Brot jetzt. Ne, hier, ich brauch ich gar nicht. Warte, ich geb dir... Warte, warte, hier, das Korn kriegst du, das sammelst du jetzt. Das archivierst du. Die Kripperschlampe da. Die Kripperschlampe ist da. Ein bisschen wenig für das erste Mal. Ja, ich weiß nicht, alles waren ja nicht beflügelt. Hast du wieder zugemacht? Ja. Okay, ich seh gerade. Kleiner Hurencreeper. Scheiße, jetzt muss ich wieder das Feld, ne? Was? Jetzt hab ich die Holi. Ich dachte, da hab ich die mit. Kleine Hure. Tja, da hast du wohl falsch gedacht. Ah nein, ich brauch ja nicht mehr neu beflügeln. Ich hatte die hier, aber hier unten gar nicht beflügelt. Beflügeln. Was denn? Ich bin hier seit der Wind. In meinen Flügeln. Meinen Beflügeln. Ich frag mich, was immer mit der Ding los ist hier mit der Tür. War hier schon immer eine Treppe? Eine Bank? Wo? Du hast die gerade gemacht, ne? Nein, oben, ne? An der Wand, ne? Oben dran. Ja, da, wo man die Schuhe hinstellt, da hast du mal gesagt. War auch nicht immer. Ah, okay, das ist zu laut, das ist zu laut, das ist zu laut, das ist zu laut. Weißt du, wie laut das ist, wenn du da Musik anmachst und das immer lauter wird und du noch mitsingst? Let me, dude, dude. Warum geht mein Energie? Ah, fuck. Okay. Ich hab Hunger. Hast du den Creeper abgeballert? Ne, hab ich nicht. Mach mal, weil ich muss jetzt lo- Ne, muss ich gar nicht. gut Gänze das macht das machten Krippel was ist doch oder unten nur Mischung zwischen den beiden dies dies voll im war so grund um die Euro geht das denn so schnell zurück hier das zu der Sache so gut zwischen ein langen sie steht da in den langen bleiben so gut besuchte Schnee vom Lektiviertes hart und Samenstau ich so sieht es nämlich aus und später wird er da stehen Prozent geriert ist mehr ne warte Macbook Pro und Samenstau ich studiere äh studiere ne querst du noch mal von dir was du studieren willst Grafik Design genau scheiß das geht ja gar nicht Design Design betreiben sich auf Design ja genau warte ich hab viel Geld und bin ein fettes Schwein ich studiere Grafik Design Macbook Macbook Pro na warte mal gerade hatte ich noch was und besoffen sein ich studiere Grafik Design scheiße und scheiße sein warte ich schieße den Creeper jetzt ab du kleiner Hurensohn Alter BAM 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 ey das Lied ist ja rausgekommen da hat Bayern gegen Real Madrid gespielt ich bin Bayern Fan oh 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 ja oh ja da hat auf einmal Gomez hat letztens das Tor geschossen also ganz kurz am Ende er schießt das Tor so ne ich so ja ich geh erstmal auf YouTube mach fett hier ähm b analysis b ich höre nochmal fett ähm didi τις Watt der Salat schmeckt nicht was hins dissolved den ich gerade fris kalter Salat mh der ist warm Leute lecker ja nicht mhm Hast du Samen noch mehr? Ich hab die alle abgegeben Gibst du mir alles ab? Was machst du gerade? Weißt du, das ist eigentlich unser Minecraft Let's Play eines der qualitativ hochwertigsten ist auf YouTube Warum das denn? Aber nicht von den Kommentaren her Nein, von den Aufrufen auch nicht Aber so, von der Qualität Guck mal, ich bin das Power Mic Deine Stimme ist auch geil Also vom Mikro her Und eigentlich Themen, gut Wir sind schon witzig, ich würd's mal so sagen Schreibt uns mal in die Kommentare und findet uns witzig Also sonst würdest du ja wahrscheinlich nicht gucken Ja, genau, würd ich auch gerne sagen Und Wie findet ihr uns so allgemein? Ich finde das ja genauso wie bei Sepp Und Mitchell Die haben ja auch Hallo Mal und so Und das ist genauso wie Rute Also wie wir mal reden Ja Ist schon mal aufgefallen, dass wir heute noch gar nicht Wir haben noch gar nicht so wie er geredet Nicht so oft heißt das eigentlich Also schon haben wir mal ein bisschen so Oh nee, mach die Kacke mal aus hier Nee, ich hab dir das geschrieben Wie das ausgeht Schreib das jetzt Nee, ich wundere nicht Also Tuggle down fall world Ja Also Tuggle down fall zusammen und dann world Tuggle down fall world und dann? Fertig Also alles zusammen Ja Für dich Für dich Ich hab mich schon gefragt, das war, das war ich Nein, ich hab das gerade ausgemacht Ich hab mich gefragt, warum das schon so dunkel wurde hier Jetzt weiß ich's Okay, ich finde auch geil, das war auch das erste Mal, dass sich wirklich Leute Mühe geben mit ihren Let's Plays Zum Beispiel als ähm Ja Ja John Malesplay das erste Let's Play Together mit TrueMG gemacht hat Die haben ja so ein Split-Screen ab Part 9 oder 7 oder so gemacht Das ist viel Arbeit eigentlich Das ist viel Arbeit eigentlich